Sorry, willkommen wieder zurück zu Texten 5. Heute wieder der Story-Camp mit Mokujin. Mokujin, geschnitzt aus einer 2000 Jahre alten Aisho. Mokujin wurde vor zwei Jahren erweckt, als Jin gegen Okra kämpfte. Nach Jins Sieg hörte Mokujin auf, sich zu bewegen, aber sein Hölzernes Gesicht lächelte. Der doch nicht mal im Mund. Und nun zwingt ein mächtiges Wesen Mokujin wieder in Aktion zu treten. Und ich sehe, der ist gerade im Museum. Wird Mokujin jemals wieder frei sein? Äh, ist es glaube ich... Ja, ist lieb. Mal gucken, wie lange ich mit Mokujin brauche. Und wie gesagt, jede Runde verändert sich dein Kampfziel. Auch wenn ich verliere. Gangryo habe ich. Oder? Oder wem habe ich denn? Ne, ich glaube, das ist Katsuya. Oder Hehabchi. Ich glaube, Katsuya war das. Chim Gangö ist ja ein bisschen tiefer am Stand. War das David Jin? Ach, keine Ahnung. Ist immer ein bisschen schwer zu entscheiden. Sieht nach Madok aus. Hätte ich eigentlich schon beim Griff erkennen müssen, aber ich war mir da sehr unsicher. Oh. Weißt du, wo meine Kinder sind? Keine Ahnung, aber wenn du mich schlägst, helfe ich dir zu suchen. Du kannst nicht mal reden, wie kannst du mir helfen? Ich habe in meiner Familie die Hosen an. Das ist aber nicht... Äh... Anna oder Nina? Ich glaube Nina. Ja, es ist Nina. Ich hatte keine Wahl. Ein schmerzvolles Ergebnis schild uns nach dem Turnier. Eine schlimmer Zukunft als die, als du die vorstellen kannst. Ich weiß es. Ich weiß es. Das Kind ist zerquetscht. Das Kind ist zerquetscht. Das Kind ist zerquetscht. Ich weiß es. du zagt Sorry Ghär. Nein... Du bist in Bewegung. Dann gehst du nicht immer weiter. Du hast es nern kann. Du bist in Bewegung. Du bist. Ich habe das eine gute Idee. Komm schon, Baby. Show me what you got. Final round. Fight! Ja, das ist gut. Nein! Baff! Das war knapp. Beinahe hätte ich mich nicht bewegt. Nein, ich bin echt. Yachi? Okay, ist nur einfach nur so. Äh, Peng glaube ich. Ja. 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 das jetzt ein... also ob der mich jetzt wirklich getroffen hat oder nicht. So, wem habe ich denn jetzt so? Ah, Ziao ist das. Musst du kurz überlegen, wer das ist? Alter, vorn war das noch nicht da? Also, das hinter Grundgeräusch. Ja, ich möchte schon herausfinden, wem ich noch habe. Ich glaube, einen Julia habe ich. Das sieht jetzt nach Gangway aus. Hm? Ja. Hä, wem habe ich denn? Ach, Jack! Mann, Gympachi, du Spass! Get ready for the next battle! Final round, fight! Fang! Alter, das macht ja mit Absicht das Spaß! Überrasch habe ich Wong Jingwei! Ja. Du bist. Es ist... Ach, Had... Aus, bin ich! Dann recht! Hrame! Magst du sie Wednesday... Da. Das Böse ist vernichtet und Mukichen schläft jetzt wieder, so lange bis das nächste Böse erwacht. Aber war Jinpachi das letzte Böse auf Erden oder nicht? Das war Mokujin, aber 11 Minuten. Ja. Das nächste Mal spiele ich glaube ich wieder als Story-Kampfe, nämlich habe ich schon ein bisschen einen Plan gemacht, wie ich die letzten Folgen nehme. Aber nun gut. Keine Ahnung. Hier kann man nochmal alle Musik abspielen, die es gibt. Das Game Over. Ja, ansonsten Filme, die ich schon alle freigespielt habe. Warum die es so kompliziert gemacht haben, also jetzt so, verstehe ich nicht. Ja, hier kann man nochmal alles angucken. Also damit, dass ich auch schon mal habe und dass ich ein bisschen die Folge drin habe. Mit 11 Minuten noch was ist mir zu wenig, aber jetzt haben wir 12 Minuten. Das ist für mich auch noch so okay. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dann zugesehen habt. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder beim Story-Kampf, glaube ich. Ich muss dann nachher gucken. Ach, lasst euch überraschen, ob das nächste Mal Story-Kampf oder Überlebens-Kampf rankommt. Ich sag nur noch Tschüss.